Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mörder. Ja wir spielen mal wieder eine kleine Runde Mörder. Und dann geht es auch mal wieder schon los. Wir spielen mal Klassik wieder. Und ich hoffe das passt so mit dem Ton und so. Und ich werde jetzt versuchen, immer jeden Tag ein Video rauszuführen. Ehrlich jeden Tag. Ich weiß, ich habe es mit, nicht versprechen, mit jeden Tag. Aber ich hoffe es. Ich habe auch mein Praktikum. Ich hoffe, muss ich mit so hart arbeiten, dass ich Videos machen kann. Weil ich werde jetzt die Info produzieren immer am Wochenende. So dass ich, oh mein Gott, so dass ich Vorrat habe ein bisschen. Dass ich dann vielleicht Mitte der Woche machen kann. Und also ja, ich hoffe die Musik passt. Und es kommen natürlich verschiedene Sachen. Wie Minecraft. Fernbus natürlich. Oh Gott, hier ist jemand Mörder. Hier ist jemand Mörder. Hier ist jemand irgendwo Mörder. Ich bin noch gerade im Kampf. Und die meisten, äh die meisten Minuten, würde ich sagen. Die meisten, ähm, gehen so. Zehn Minuten, die Videos. Oh, wieso? Nicht viel neu, glaube ich. Äh, neue Runde. Äh, neuer Runde. Äh, 22%. Boah. Ja, es kommt halt immer verschiedene. Es kommt mehr, ich glaube es kommt mehr Minecraft und so. Ich werde natürlich auch mal was anderes machen. Wieder muss ich halt gucken, was. Wenn Livestreams kommen, will ich, ich werde jetzt einen Plan machen. Der, ich hoffe, das steht schon fest. Wenn das Video kommt, da sind dann alle, so ein Info, so Arten Infovideos für alle. Und da steht, oh, Mist. Da steht drinne, wann Livestreams kommen. Wann halt die Videos kommen. Und halt so. Und wieviel Uhr die Videos kommen, zum Beispiel. Also, ja. Das wird halt so ein Video dann sein. Wo ich das erzähle. Es geht ein, zwei Minuten. Das Spiel, glaube ich, dann auch mal. Ja. 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 Ich habe keine Musik mehr im Hintergrund. Ich kann nur gucken. Ah. Werbung. Und ich bin tot. Das kann auch nicht wahr sein. Oh mein. Ja. Der. Ich habe einen. Oh, ich muss, ich muss da. Ich muss wussten. Und ja, auf jeden Fall, bei Microsoft-CV-Bild, also auch nur gefragt, habe ich auch einen Event am Laufen, kriegt ihr aber auch demnächst mit. Das Video kommt nämlich, das Video kommt jetzt ab Sonntag online. Und ab Sonntag dann, ab heute dann, ich nehme das einen Tag vorher auf, wie man sieht, kommt dann regelmäßig in einem Video. Eventuell. Nein. Ich liebe den. Ähm. Eventuell gibt es für 2 Videos. Muss ich ja gucken, wie ich den Plan gestalte. 1,2 Minuten pro 2 Videos. Ja. Es kommt auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall, oder ich möchte auf jeden Fall, äh, 2 Live-Streams pro Woche machen. Das hat mir auf jeden Fall verurteilt. Ich muss nur nochmal einen Plan machen, alles. Der kommt dann auch in meiner Kanal-Info rein. Den kann ich nicht machen. Oh ja. Die ich aber auch nicht schneide. Ich weiß nicht, ich will versuchen eigentlich zu schneiden, aber zu schneiden, dann kommt definitiv nicht. Ähm. Die Interaktion schaffe ich gar nicht mit der Schule und alles. Oh. Oh mein Gott. Wie so nur. Alter. Die unendlichen Runden. Aber wenn mir kein Titel oder so mal einfällt, dann... Mach ich einfach mal kurz mal da. Ich werde die auch nicht ennummerieren. Wenn wir irgendwie ein Projekt haben, was ich jeden Tag finde. Ich weiß halt nicht, was ich von eins Anfang an mache. Egal, ob es gespielt wurde oder nicht. Und dann jeden Tag ein davon Video. Das entscheide ich spontan. Ich bin jetzt schon wieder so müde. Wir haben es erst. 22.40 Uhr. Geht mal in die Tür. Oh nein. Ich kann halt immer nicht sofort gut aus den Wegen der Starten. Weil die ja Speicherplatz um den Ende nehmen. Und. Vielleicht kommt auch mal ein Video, dass 30 Millionen online ist. Und Leistingskommel. Also morgen mache ich den Plan. Morgen kommt vielleicht das Infovideo online. Das wird dann nochmal extra gesagt. Das heißt nochmal extra gesagt. Man hat ja eigentlich so einen Community-Bereich. Bereich. Ich glaube es haben keine New 20. Deswegen würde ich scheinen. Oh, das ist super. Oh. Und der Wasseratmung. Wow. 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 So neun, zehn Minuten wie die Videos. Das wird immer eine vorletzte Runde sein. Wow. Wow. Und es kommt auch ein Video, wenn ich irgendwie nicht krank fühle oder so. Wenn ich krank bin. Wobei ich dann häufig vorproduziert habe. Das gibt ganz viel Gold. Alter, wie viel Gold hier einfach halt. Und ich schreibe mir nämlich dann auch auf. Äh, also ich benenne die Videos dann nämlich auch, an welchem Tag die online kommen. Ich denke mal, so viel kann funktionieren. Oh, da liegt ein Leichen. Und, ja. Ich komme dann nämlich immer zu der richtigen Zeit. Ich denke mal, so viel kann funktionieren. Also, werdet ihr alles morgen erfahren, also heute erfahren, also Sonntag. Oh. Ja. Am meisten glaube ich noch Mike, weil es einfach ist. Ah. Tu mal nichts, man. Du kannst bloß die Leistung wegnehmen. Ein Rechner hat 16 GB Arbeitsspeicher. Äh, ein E7er, 1000, ne, RTX glaube ich, 1040. Er hat schon ein bisschen Leistung. Guck mal. Ich hab einen Bogen bekommen. Äh. Und Musik lasse ich eigentlich bei jedem laufen. Und ich weg den Mörer essen. Ich war doch Mörer. Und daher vielleicht nicht. Ne. Oh. 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 Denk ich hier nochmal spielen. Oh nein. Wow. Der war gleich der Mörer. Aber gut. Das war's jetzt schon mit dieser kleinen, aber feinen Fäuser. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Spaß, dass ihr ein Abo da einkommt. Und liked. Bitte, bitte, bitte. Supportet mich. Wäre sehr nett. Wir haben 48 Abonnenten. Das ist zwar nicht neuer Rekord, weil wir 68 schmarten, aber die waren eh nur gefälscht. Also 48 Abonnenten haben wir momentan. Und supportet mich bitte. Dankeschön. Tschü. Tschü. P bloß. Bis dahin. 旋 PERitos erstal. Dann. Vielen Dank.